haha moin leute ja willkommen bei der folge von dead by daylight diesmal wieder mit den pnl wieder mal ja und zwar ich habe ja gesagt ich mache ein video von dead by daylight und ich hoffe dass wir dieses mal besser abschneiden als in den letzten video und ich hoffe natürlich auch dass ich sowas komplett misslungen ja aber ehrlich gesagt ich hoffe ich werde diesmal bis ich bin jetzt bei der letzten folge war ich ja total scheiße muss ich auch offen zugeben weiß ich schlaufe dennoch in die armen also wie dumm kann man da eigentlich sein jetzt wird es mal zeit hier so ich hoffe das wird auf jeden fall jetzt besser werden und ich hoffe ich kriege noch bessere teammates weil die letzten teammates haben ja einen pass hängen lassen also ich hoffe das wird jetzt besser und dass wir den server finden ist nicht besser immer noch genauso scheiße wissen wir das jetzt mal wenn es da geht die man auch direkt mal an mal gucken ich hoffe ich werde jetzt nicht aus der lobby wieder raus geschmissen weil manche wollen ja nur mit freunden spielen kommen noch zwei leute bitte gehen ich raus ja aber geht doch nur hochstehen alles klar ich weiß nicht was der wollte aber egal ob wir diesmal besser spielen auf jeden fall besser jetzt war nämlich richtig erbärmlich so das geht jetzt auch schneller ich hoffe jetzt gehen wir unser arsch das ist die neue karte ja das ist die neue belichtung ich habe den noch nie gesehen den neuen karte also ich kann nicht sagen wie der jetzt ist weiter bitte wie die schon schreit das geräusch ich hoffe die kommt nicht direkt zu mir das wirkt den raben durch mein bildschirm was ist das denn was ist das für eine die geht mal gar nicht die zerfickt ja alles wir sind nur noch drei nein bitte komm nicht zu mir hau ab von mir geh weg hau einfach ab oh die ist weg wir haben den generator weiter jetzt haben wir die auf jeden Fall schon mal gut abgegangen aber ich schwöre ich habe die noch nicht gesehen die habe ich jetzt zum ersten mal gesehen war schon weil es so zweimal gespielt ne komm schon das kriegen wir zu dritt auch hin es liegen ganz die raben durch den bildschirm komm schon was müsste ich schaffen wenn ihr jetzt nicht zurückkommt kommt noch so ein kleines stückchen das dürfte gehen jawohl 150 auch noch den haben wir den haben wir die war auch einer ich glaube ich mache den jetzt als nächstes das problem ist auch hier ist keiner der mir helfen könnte machen wir den mal hier ich hoffe die anderen machen auch generatoren oder so genau ins weiße getroffen man trifft überhaupt das teil ganz ehrlich mit den meisten zwar schneller aber egal die kommt jetzt nicht wieder hier hin wie schnell die sich bewegt hat aber dann ist die kurze Zeit auch langsam das ist fair gemacht haben wir jetzt die Hälfte bitte komm jetzt hier hin bloß nicht hin oh da hat die schnell in einer angeschlagen den haben wir jetzt gleich auch den dürfen wir jetzt gleich auch oh scheiße komm den kriegen wir noch oh der hat einen am spieß gehangen oh der wollte schon wieder auf der gold what was seriously alter was war das denn ja klaro warum nicht komm 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 hier. Ich will keinen Stress. Komm, ich bin auch noch drei. Oh man, bist du behindert. Oh scheiße. Oh fuck. Lass mich weg von mir. Piss dich, Alde. Zieh mal noch hinter mir. Ach, nicht schon wieder, Mann. Boah, ich hab gedacht, die wär so dicht hinter mir. Ich glaube, ich bin dran. Ja, lass mich doch noch fallen. Was bist du für eine? Wie geht schon mal voraus? Ja, ich komm locker los. Komm ich mir mal hier rein. Die ist schon drückt hinter mir. Alles klar. Sorry Mann, das war nicht hier. Das war nicht meine Absicht, die jetzt hinzulocken. Oh, diese Schreien von der geht gar nicht mal. Das quietsch, ey. Ist nur ein Generator. Ich glaube, ich mach den Generator hier. Was ist der denn hier? Alter, hör mal auf zu schreien. Ich glaube, der ist ein Stock gekürt, oder? Ich glaube, der dürfte hier oben sein. Da ist der. Der kommt jetzt hier hin. Alles klar. Komm los ab von mir. Komm, den machen wir. Den machen wir. Ja, gut. Das könnte machbar sein. Zu drückt. Komm, ich darf jetzt keinen Fehler machen. Nein. Komm, pack an. Den schaffen wir dann. Oh, scheiße. Ja, block mich auch noch. Was kommt hier hier in so einen Raum rein? Nein. Danke schön, ey. Ich weiß, ich muss auch noch direkt so ein Haken sein. Ich kann auf jeden Fall schon mal kämpfen. Danke dir da oben. Merci beaucoup. Das ist eh direkt da oben. Den kann man nicht mehr helfen. Das ist klar. Hilf mir mal. Wissen Sie? Ich weiß nicht. Du hast es schon gehört, wie schnell sie es gemacht wird. alles klar also mit ihren schreien meine fresse wo sind die teile hier sein muss abgelegen aber war das knapp kommen wir schon noch haben wir noch eine hau bloß ab komm 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 über die hälfte meine sommer regeln ausgang komm schon ja den haben wir kommen Nein, nein, nein. Ich steck mich mal hier. Die kommt nicht hin, die kommt nicht hin. Oh, zum Glück. Na ja, klar. Jetzt geh weg. Dann bleibt die ganze Zeit bei mir. Komm, die machen wir jetzt. Easy, komm. Den anderen muss der machen. Ich kann nicht alles machen. Schnell, schnell, schnell. Komm, mach den anderen. Lass dich bloß nicht erwischen. Ich versuche noch einen zu machen, den letzten. Komm schon. Wo ist noch einer? Ja. Ist hier noch einer? Nein. Alles klar. Ja. Ja. Hier ist auch fast zu Ende. Gut, wir haben es. Die kommen noch. Hier kommt noch. Hier kommt noch gut. Hier kommt noch gut. Hier kommt noch gut hin. Komm, geh einfach weg. Geh zum anderen Tor. Bleib nicht mehr mein Tor. Geh weg. Die hängt hier ab. Das war so, schon klar. Oh fuck, das war ein Fehler. Warum? Ja, schau. Ey, man, ich hab so viel gemacht. Weißt du, dann kriegst du so einen Abschied, ja. Ich hab alle vier Dinger gemacht. Man, dann kriegst du so ein Spielergebnis geopfert. Weißt du, der eine hat ja gar nichts gemacht. Das war schon die größte von denen. Naja, was willst du machen? Dann kann man alles nicht machen. Das hat mir Spaß gemacht, mit Nero Ray, Gamer, Bro Cool, Nemtap und Paradox zu spielen. Hat mir Spaß gemacht, für euch zu spielen, auf jeden Fall. Äh, ja, da würde ich sagen, das war's für diese Folge, auf jeden Fall jetzt. Ich hoffe, ich schreibe es dann bei der nächsten Folge ein. Wenn es sich hier heißen. Ich hoffe, ich schreibe es dann bei der nächsten Folge. Vielen Dank.